In einer hektischen Welt der Industrie und Unternehmen, in der jeder Augenblick zählt, gibt es eine Herausforderung, die allzu vertraut ist. Der Kampf gegen den hartnäckigen Staub und Schmutz, der sich in den Ecken und Ritzen ansammelt. Hast du es satt, kostbare Arbeitsstunden und Ressourcen zu verschwenden, während deine Mitarbeiter mühsam versuchen, den Schmutz loszuwerden, der die Produktivität hemmt? Die Zeit ist gekommen, dieses Problem mit einer Lösung anzugehen, die dich begeistern wird. Stell dir vor, ein leistungsstarker Industriestaubsauger, speziell entwickelt, um die Reinigung in der Unternehmenswelt zu revolutionieren und deine Mitarbeiter von der Bürde des Staubsaugens befreit. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Industriestaubsaugern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Sauger bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, so dass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Kärcher KWD 3V17 Industriestaubsauger. Mit beeindruckenden 1400 Watt Leistung saugt dieser Staubsauger mühelos feine Partikel und groben Schmutz auf. Aber das ist noch nicht alles. Mit der innovativen Blasfunktion kannst du spielend leicht Blätter und Späne davonpusten. Was diesen Sauger wirklich von der Konkurrenz abhebt, ist die Möglichkeit, sowohl nassen als auch trockenen Schmutz aufzusaugen, ohne den Filter wechseln zu müssen. Dieser Industriestaubsauger ist mit einem praktischen Patronenfilter ausgestattet. Keine lästigen Filterwechsel mehr. Der Komfort kommt ebenfalls nicht zu kurz. Mit seinen großzügigen 17 Liter Kunststoffauffangbehälter, dem 2 Meter langen Staubschlauch und den cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör, Kabel und Schlauch, ist dieser Sauger der perfekte Begleiter für deine Reinigungsaufgaben. Egal ob du dein Haus, dein Garten, deine Werkstatt oder dein Auto von innen auf Vordermann bringst, dieser Nass- und Trockensauger steht dir stets zuverlässig zur Seite. Spüre die Energie, die dieser Kercherstaubsauger dir verleiht. Keine Kompromisse mehr, sondern nur noch effizientes und müheloses Saugen. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Industriestaubsauger auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Bosch Professional Industriestaubsauger GAS35L. Dieser mobile Industriestaubsauger ist ein wahrer Alleskönner. Mit seiner leistungsstarken 1200 Watt Saugturbine erzielt er beeindruckende Absaugergebnisse, sodass kein Staubkorn mehr entkommt, egal ob trockensaugen oder nasssaugen. Der Bosch GAS35L meistert jede Herausforderung mühelos. Aber das ist noch nicht alles. Du wirst begeistert sein, dass dieser Staubsauger auch als Transportmittel für weitere Bosch-Geräte genutzt werden kann. Mit deiner einfachen Klickmontage kannst du eine L-Box auf den GAS35L setzen und somit dein Equipment bequem von A nach B befördern. Was diesen Staubsauger jedoch wirklich einzigartig macht, ist die komfortabelste semi-automatische Filterreinigung, die du je erlebt hast. Mit nur einem Handgriff kannst du den Filter reinigen und dabei einen schnellen Arbeitsfortschritt erzielen. Kein zeitaufwendiges Reinigen mehr, sondern volle Konzentration auf dein Projekt. Egal ob du ein erfahrener Handwerker oder Anfänger bist, der Bosch Professional Industrie Staubsauger wird dich begeistern. Er ist einfach zu bedienen und sorgt für ein sauberes Arbeitsumfeld, das dir mehr Freude an deiner Arbeit verschafft. Also lass den Staub keine Chance mehr und hol dir den Bosch Professional Industrie Staubsauger GAS35L. Verwandle deine Baustelle in eine saubere und effiziente Arbeitsumgebung. Denn du verdienst es, dass deine Projekte reibungslos und mit Leichtigkeit von der Hand gehen. Alle weiteren Infos zu diesem Industrie Staubsauger kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Bosch Professional Industrie Staubsauger GAS35M AFC vorstellen. Dieser mobile Industrie Staubsauger ist nicht nur äußerst praktisch, sondern auch ein wahrer Komfortkönig. Mit seiner automatischen Filterreinigung sorgt er dafür, dass du dich voll und ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst. Keine lästigen Unterbrechungen mehr, um den Filter zu säubern. Der GAS35M AFC erledigt das für dich. Und das ist noch nicht alles. Mit der Möglichkeit eine L-Box auf dem Sauger zu befestigen, wird er zur perfekten Transport- und Aufbewahrungslösung. Nie wieder herumliegende Kabel oder lose Werkzeuge. Du legst großen Wert auf deine Gesundheit und Sicherheit. Der GAS35M AFC ist ein zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse M nach EU-Norm. Dein zuverlässiger Partner. Er deckt einen Großteil der Stäube ab und schützt dich somit effektiv vor gesundheitsschädlichen Feinstaub. Mit seiner starken 1380 Watt Turbine und einem Unterdruck von bis zu 254 M bar saugt dieser Industriestaubsauger sowohl trockenen als auch nassen Schmutz mühelos auf. Der 23 Liter Behälter bietet ausreichend Platz und das robuste Fahrwerk ermöglicht dir ein bequemes Transportieren. Spare dir Zeit, Energie und Nerven. Mit dem Bosch Professional Industriestaubsauger GAS35M AFC wirst du einen sauberen und effizienten Arbeitsplatz haben. Schaffe dir eine Umgebung, in der du dich wohlfühlst und produktiv sein kannst. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Industriestaubsauger.